Herzlich Willkommen liebe Leute zu einem klitzekleinen Infovideo auf meinem Channel. Es gab ja schon länger kein Video mit Facecam bzw. ein Infovideo auf meinem Channel zu sehen, aber heute, liebe Leute, habe ich mal eine Bitte an euch oder eine Frage. Ich möchte gerne, dass ihr mir diese Frage beantwortet. Und zwar ist es ja so, dass ich hauptsächlich auf meinem Channel den Landwirtschaftsmörder 15 anbiete. Also, was heißt anbieten? Also, ihr könnt euch das anschauen natürlich. Es ist das einzige Projekt, das ihr sehen könnt auf meinem Kanal. Es ist ja so, es ist leider nur ein Spiel. Ich glaube, dadurch gehen ein paar Abonnenten von mir flöten, also davon gehe ich mal ganz stark aus. Ich spiele ja, falls ihr es natürlich wissen solltet, ja, die Feuerwehrmod. Also, mit ganzen Blaulicht-Einsatzfahrzeugen fahre ich Einsätze, zeige euch neue Mods und mache halt was mit brennenden Verkehrsunfällen und so weiter. Ich könnte ja auch wiederum auch die Landwirtschaft mal wieder in den Vordergrund ziehen oder beziehungsweise auch die Forstwirtschaft. Das wäre eine Möglichkeit. Und jetzt komme ich zur eigentlichen Frage. Also, wie gesagt, das erste Spiel, das es zu sehen gibt, ist der Landwirtschaftsmörder 15 mit der Feuerwehrmod. Und ich könnte ja die Forstwirtschaft oder die Landwirtschaft in den Vordergrund wieder ziehen. Und dann hätte ich vielleicht ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal. Jetzt die Frage, liebe Leute. Also, ein Projekt, beziehungsweise ein Spiel ist mir ein bisschen wenig. Also, das ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie eure es ist, aber falls ihr eine eigene Meinung dazu habt, schreibt es doch gerne unter diesem Video in die Kommentare. Natürlich würde ich mich sehr darüber freuen, keine Frage. Aber jetzt komme ich mal zur eigentlichen Frage. Welche Spiele, liebe Leute, möchtet ihr denn noch aktiv auf meinem Channel sehen? Es gibt wirklich sehr, sehr viele, die ich euch anbieten könnte. Also, mir ist das mal so durch den Kopf gegangen. Was ist denn eigentlich noch mit Rainbow Six Siege oder so Division Mafia 3, was auch vor kurzem erschienen ist, am Freitag, den 7. Oktober oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Oder 8. Ich weiß es gerade nicht. Das könnte ich vielleicht auch let's playen. Also, eine wirklich sehr, sehr wichtige Frage an euch, liebe Leute. Also, ich beziehe mich jetzt einfach nur auf euch und ihr dürft entscheiden, was ihr sehen möchtet auf meinem Channel namens Premium Power natürlich. Aber was ich euch schon mal sagen kann, den LS15 werde ich zuhundertprozentig nicht beenden. Auch wenn jetzt irgendwelche Leute kommen, beende das, lass das, es ist langweilig. Also, es ist von mir aus ein Lieblingsspiel, das ich wirklich sehr, sehr oft spiele, auch privat. Und da sage ich immer, nee, das ist und bleibt Standard auf meinem Channel zu sehen. Ich hätte auch noch eine Idee, vielleicht Minecraft. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, Minecraft hat der eine Klatsche oder so. Ich habe das schon mal ganz, ganz früher gemacht. Was heißt früher? Vor zwei, drei Jahren hatte ich auch mal mit Minecraft angefangen und habe da, glaube ich, irgendwie so eine Villa aufgebaut. Projekt Villa hieß das, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher. Das kam auch gut an, aber es gab halt Leute, vermischte Meinungen darüber. Und zwar haben Leute gesagt, warum spielst du das? Lass das. Dann kamen Leute, ja, das ist cool, mach weiter. Es gab aber keine Mehrheit oder keine Wenigkeit, die darüber jetzt entschieden hätten, ob ich das weiterspielen soll oder nicht. Ich habe es einfach weiter gespielt, solange ich noch Lust hatte und dann habe ich damit aufgehört. Und dann kam ja der Alice und dadurch ist das jetzt Standard geworden auf meinem Channel. Ja, was hätte ich denn noch zum Angebot? Leute, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Vielleicht seht ihr das oder ihr seht es doch nicht. Es könnte jetzt kompliziert werden, dass ihr das jetzt im Hintergrund seht, denn ich habe meine Webcam jetzt ein bisschen größer gestaltet. Also ich lese euch das jetzt einfach mal vor. Ihr seht jetzt bloß einen weißen Hintergrund oder ein bisschen was Angekratztes von den Spielennamen her. Also ich habe hier wirklich sehr, sehr viele in meinen Ordner, die ich spielen könnte. Aber ich gehe einfach mal kurz durch. Vielleicht seht ihr das, vielleicht seht ihr das nicht. Naja. Es sind halt Spiele dabei, die jetzt auch nicht so gut sind, aber es sind auch Spiele dabei, die jeder kennt. Und von daher ist das jetzt auch nicht so gut, wenn man das jetzt nochmal let's playen sollte, könnte, etc. Äh, vielleicht wäre es ja auch eine gute Idee. Das ist mir jetzt wirklich sehr wichtig, ob ihr das jetzt möchtet oder nicht. Möchtet ihr wieder den Lernwirtschafts-Simulator 2013 auf meinem Channel sehen? Schreibt es jetzt bitte unter diesem Video in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Also ich denke mal, die Mehrheit wird dafür stimmen, dass ich dieses Spiel wieder let's playen werde. Zumindest werde ich das dann vielleicht so lange machen, bis der LS17 dann erscheint. Der LS17 trifft genau am 25. oder beziehungsweise am 24. Oktober bei mir zu Hause ein. Ich werde es auspacken, vielleicht auch ein Unboxing machen. Das wäre eine gute Idee. Ok, und dann werde ich dieses Spiel let's playen, keine Frage. Denn ich bin, wie gesagt, ein sehr, sehr großer LS-Fan und von daher muss das einfach sein. Und es ist ja so, zum Anfang hat man halt immer Landwirtschaft, naja klar, das hatte ich beim LS15 genauso gemacht. Und später kamen die Feuerwehrmuts dazu und da bin ich halt rüber auf die Feuerwehrseite gewechselt. Auf die dunkle Seite. Da gibt es auch Kekse, muss man sagen. Ähm, das hat mir einfach mehr Spaß gemacht, genau. Also, so wird es bestimmt beim LS17 vielleicht auch sein. Oder vielleicht gibt es da gar keine Feuerwehrmuts. Ich weiß es nicht, aber davon gehe ich einfach mal aus, dass es dort dann auch Feuerwehrmuts geben wird. Aber nun ja, jetzt habe ich mich wirklich auf den LS bezogen, auf diesen Video generell. Aber es soll eigentlich ein Video dazu sein, um meinen Kanal ein bisschen aufzufrischen. Denn ich möchte nicht bloß das eine zeigen, denn ich merke schon, dass viele Leute das langweilt. Und ich möchte halt ein bisschen was anderes haben und nicht immer bloß das Gleiche. Okay, liebe Leute. Oder falls ihr natürlich auch Wünsche habt, Ratschläge, Meinungen, schreibt diese gerne unter diesem Video in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Habt ihr Spieleideen, schreibt diese jetzt bitte unter diesem Video in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und vielleicht gibt es dann dieses Spiel, was ihr euch wünscht, heute noch zu sehen auf meinem Channel. Denn ich habe jetzt, wie gesagt, nur den LS15 und das ist jetzt auch ein bisschen langweilig. Na gut, liebe Leute. Das soll es gewesen sein für dieses klitzekleine Infovideo, was jetzt auch schon wieder fast sieben Minuten geht. Jetzt geht es sieben Minuten. Okay, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ja, was soll man noch viel sagen. Bis zum nächsten Video oder Let's Play. Ciao. 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 Ciao.